Hey Freunde, man, ich konnte schon wieder nicht ordentlich Schuss sagen, ey, aber das ist ein Vorteil, Freunde, weil das bedeutet, das Spiel fesselt mich. Ja, so müsst ihr das sehen und so sehe ich das und ich nenne das einfach mal als, ich nenne das Ausreden. So, ich habe jetzt endlich das hier mal eingestellt, so, ist doch schon viel besser. Was mich allerdings irgendwie noch ein bisschen wundert, ich hatte doch vorhin so eine komischen Kisten ein, damit, was ich eigentlich dachte, was Granaten sind. Aber ich habe da gar keine Granaten. Also müsste ich jetzt auf G werfen können. Hm, okay, weiß ich noch nicht, müssen wir noch sehen. Ähm, ja, Freunde, falls ihr das wisst, ihr habt das Spiel bestimmt schon mal gespielt oder ich weiß es nicht, ähm, falls ihr das kennt und ihr wisst, wie ich meine Taschenlampe auskriege, sagt mir bitte Bescheid, weil auf F ist die Leuchtpistole eigentlich eingestellt, es gibt keine Taschenlampe einzustellen sonst. Und, ähm, ich weiß nicht, wie ich das sonst rauskriege, das geht mir so ein bisschen auf den Senkel. Hoi, wer ist denn der? Hey, du da, psst, komm her, hierher. Ich kenne dich, du bist Alexander, blablabla. Stimmt's, komm her, es ist wichtig. Ich muss mit dir reden, um mich zu befreien, musst du hinter der Zelle gehen und dann hoch zur Brüstung klettern. Bitte, beeil dich. Oh, das ist der ganz knappe Bereich für mich. Ah, ja, ich bin nicht der schnellste Leser, ich weiß, aber ich bemühe mich für euch, Freunde. Äh, ich wollte, ich sollte mich für ihn beeilen, aber ehrlich gesagt, ist der mir einen kleinen Tick scheißegal, weil ich hier noch nicht fertig bin mit Absuchen. Ihr, ah, seht da, genau, sowas hier suche ich nämlich. Und ich wollte nämlich nach unten gehen, weil da unten waren nämlich noch Munitionen. Wir hatten ja schon Munitionen für diese Pisser hier vergeudelt. Da, das sind doch Granaten. Ach, gut, hä, okay, naja, gut, weiß ich jetzt noch nicht. Hier ist nichts weiter. Ähm, wie gesagt, suchen schnell die Gegend ab und dann helfen wir diesem komischen Typi. Wie auch immer das ist. Ich glaube hier, von hier kam, hä? Habe ich mal auch die Waffe dafür benutzt, wofür sie eigentlich gedacht ist, als Maschinengewehr. Da, diese komischen Dinger hier. Die habe ich doch eingesammelt schon. Sind das Kindergarten? Was soll denn das sein? Das sind doch irgendwelche Molotow-Coptails oder sowas, hätte ich gedacht jetzt. Naja. Ey, wir sind doch von hier gekommen, oder nicht, Freunde? Ja, von hier sind wir gekommen, okay. Die Geräusche, ey. Oh, Mann. Gut, wir helfen dem Typi jetzt. Okay, gut, die geht jetzt auf. Wir sollen irgendeine Brüstung hochklettern, sagt er. Guckt mal, die Sachen schweben wieder. Warum auch immer. Da sind wieder Drohungen. Brauchen wir, zum Zeitlupe machen. Ach, ich habe es vermutlich. Oh. Na, komm her. Kommt her. Lauft in euer eigenes Feuer rein. Doofköppe. Ach, scheiße, die haben gewartet. Ist ja jetzt doch nicht ganz so blöd. Wow. Cool. So, Granaten haben wir jetzt auch. Achso. Mann, dass ich manchmal diese sinnvollsten Sachen erkennen kann. Aber das hat ja nichts geholfen. Komm ich hier nicht durch? Ich dachte. Ha. Schade. Okay. Wow. Hier ist ein schöner Garten und so. Toll. Tauchen wir mal in den Tümpel ab und gucken mal nach. Hier irgendwas ist. Ne, hier ist nichts versteckt. Also schön nass ihr macht hier einfach nur, um mal nachzugucken. Ach, was man nicht alles für tut, wa? Gut, okay, ist nichts. Sind wir jetzt echt hier lang? Vermutlich. Saugranat. Oh. Was ist denn mit ihm? Oh. Äh, kann man die Dinger... Ah. Wow. Wow. Oh, shit. Jetzt köpt das Scheißteil. Jetzt köpt das Scheißteil um. Na, super. Ach, Mensch. Nochmal. Aber wir haben Granaten. Deswegen... Ist das ein Kunde? Stellt das jetzt mal... vor das Geschütz? So. Wow. Lustiges Modell. Ne, das sind stinknormale Granaten. Okay, ich weiß nicht, was diese komischen Flaschen waren. Aha. Was steht da? Ah, okay. So. Hier geht's definitiv erstmal auch nicht weiter. Müssen wir... Oh. Ein Zimmer mit... Oh, Medikamente. Super. Ach, das sind... Jetzt verstehe ich... Für die... Gegen die Blutung. Ist das Zeug, glaube ich. Hey, ich will die Drogen haben. Mann. Geh auf. Ja, geht doch. Sieben ist Maximum mitzunehmen. Na gut. Ist uns egal. Weil wir Blutung, glaube ich, noch nicht so wirklich hatten. Außer eben beim Geschütz. Wow. Wow. Das habe ich nicht erkannt. Wow. Was die hier einen Schaden machen. Ist ja mal böse. Gucken wir mal nach, was uns geschädigt wurde am meisten. Kopf wurde ziemlich oft getroffen. Na ja. Chest und Burr machen wir auch mal. Bähne sind das immer. Ist mal egal. Alter. Wie viele Medikits ich nur verbrauche, um ein bisschen mehr Heilung zu haben. Ist das übel. Aber das ist cool. Finde ich irgendwie toll. So. Hier ist nicht zufällig was versteckt. Nein, natürlich nicht. Es ist nichts versteckt. Aber wir gehen weiter. Explosive Fässer. Aha. Was? Du Gott Glücksschwein, Mann. Du. Stopp. Deine blöden Assi-Freunde hinten. Checken mich nicht. Headshot. Komm. Ja. Ach, Freunde. Das ist irgendwie viel gemütlicher zu spielen als 1187. Ey, das war mir so unstrengend. Oh Gott. Geht's hier weiter? Anscheinend geht's hier weiter? Ich will noch kurz wieder alles angucken, nachsuchen. Ihr wisst ja, vielleicht findet ihr auch was hier, was ich gefunden habe, was ihr noch nicht vorher kanntet und so. Ah, okay, da hinten waren wir schon. Von da hinten kamen wir insgesamt. Okay, hier ist alles nichts. Okay, jetzt haben wir zwei Wege wieder mal. Ich will nur... Ich will nur... Ah, ne, gut. Ist nur... Sind nur... Oh ja, schön Medikids. Aber wenigstens bekommt man sie gut hier auch. Dann ist es nicht so schlimm. Dann verzeih ich denen nochmal. Gut. Ah ja, was haben wir? So, ein 8 Medikids haben wir. Hier war wirklich nichts? Gut, okay. Dann gehen wir runter. Hier sind wieder Drogen. Speed. Genau, ich sag jetzt, das ist Speed. Boah, ist das Böse. Hier frisst eure Granaten, die ihr getroppt habt. Brenze natürlich vorweg. Was ist denn nun los? Hab ich doch getroffen? Nein, das ist doof. Das würde ich nicht haben. Auch die SMG, genau. Gut. Ah. Ich muss aufpassen. Nicht, dass sich irgendeiner hinter... Mystik von... Anschleicht. So. Gucken, gucken, gucken. Wir haben wieder mal zwei Möglichkeiten und... Ach, ich... Mann. Ich gucke mal alle so ein bisschen nach, damit ich hier auch wirklich nichts übersehe. Wisst ihr welche geheimen schönen Sachen? Doch, das geht hier hoch. Hier waren wir auch. Da kamen wir insgesamt auch von Anfang her. Ah, ja, sowas zum Beispiel wollen wir doch definitiv nicht verpassen. So, das ist wieder Blutungsstopper. Aber ich glaube, ja, das ist der gleiche Weg gewesen. Okay, wo geht's denn jetzt lang, wenn ich den Schalter drücke? Ich geh jetzt mal... Oh, Glück ja. Ich wollte eigentlich im Wasser landen, damit ich keinen Fallschaden bekomme. Oh, oh. Jetzt bin ich aber doof gewesen. Ich hätte doch mal mit rechnen können, Mann. Habt ihr gesehen? Die haben tatsächlich... Ja, der hat ja so um die Ecke geguckt. So, ein Kunde. So. Gehen wir hier unten lang. Achso, jetzt sind wir hier, wo ich vorne das Fass zerstört habe. Ich dachte, wir wollen vorher vorbeikommen. Na gut. Dann machen wir das so. Oh, geschützt. Komm. Geht nicht kaputt. Dich erleden schnell. Oh, Gott. Schade, wir haben kein Dings. Oh, Fangkreuz zu den Granaten. Na, das war doof. Das war aus dem Level geflogen. Scheim. Gleich ist da daneben wieder. Come on. Dann senden wir voll meine Granaten. Ach Gott, wir haben ein Medikit. Was ich nicht mehr aufsammeln kann. Machen wir das einfach so. Hä? Stand der eben nicht auf der anderen Seite? Oh. Oh. Ah, ich sehe nichts mehr. Ah, diese komischen Grafikfehler. Die gehen mir auf den Sack. Okay. Der hat mich in den Kopf getroffen, dieses Scheißteil. So. Gut, jetzt brauchen wir doch noch ein Medikit. Scheiße. Vier Granaten habe ich noch. Oh, Mann. Oh, ich treffe auch nicht. Ich treffe nicht, Freunde. Oh, jetzt. Die könnte gut sein. Nein. Was war das? Ach, das war Feuer. Ich dachte schon. Ich habe nur noch eine Granate. Ach, Mist, Mensch. Oh. Oh. Oh, einer ist umgekippt. Jetzt explodieren die nicht. Ach, das stört mich. Ich will die unbedingt umkippen. Das... Mit irgendwelchen Sachen mich hochklettern. Ich will wissen. Ah, super. So war es eigentlich nicht alles gedacht. Okay. Voll zugemüllt. Kipp doch mal um, du scheiß Geschütz. Ach, Mann. So, ein Drecksteil. Jetzt hat er meine Füße kaputt geschossen. Äh, Lex. Mein linkes Bein. Aua. Gut. Oh, Scheiben. Entleistert. Oh, oh. Scheiße. Wie krieg ich das jetzt hin? Oh. Mann. Ey. Ich will da nicht einfach vorbeirennen. Ach, Mensch. Ich krieg die nicht so einfach umgekippt. Die stehen auch viel besser als die... Half-Life-Teile. Krieg ich die einfach nur umgeknüppelt? Vielleicht einfacher? Oh, Mann. Jetzt blute ich. Glaube ich. Oder? Äh. Keine Ahnung. Oder bedeutet es einfach nur, dass ich gerade nicht viel mehr viel Leben habe? Äh, nö. Es wackelt auch immer noch alles. Oh, das ist... Oh, Mann. Ach, das ist doch doof. Ich probiere es jetzt einfach. Wenn ich jetzt sterbe, ist es egal. Äh, fall. Ehe gleich vorbei. Oh, jetzt habe ich mir hier einen eigenen Fall hingestellt. Okay, ich habe es geschafft. Oh, scheiße, habe ich mich blöd angestellt, Freunde. Gut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Oh, ja, ihr lacht bestimmt mich gerade aus. Ja, gut. Tschüss.